Hola, hola, wie tal? Hier aus Fuerteventura, meiner heißgeliebten Insel. Ich stehe jetzt hier am Ende April, High Noon, Mittagszeit, vor einer neuen Villa. Bei mir im Portfolio finden Sie die unter dem Reiter 24PH1, denn das ist Park Hollandaise. Was macht diese Immobilie so speziell? Es ist nur die schiere Größe der Wohnfläche von mehreren 100 Quadratmetern und natürlich auch eine ausreichende Grundstücksfläche von mehreren 1000 Quadratmetern. Das ist die Lage. Sie haben hier tatsächlich ein komplett umfriedetes Grundstück. Ich stehe exater da vorne, wie Sie sehen. Und das ist kein Verkehr, unverbaubarer Blick auf die Küste. Sie haben sieben Schlafzimmer, neun Bäder, sie haben ein Pavillon, sie haben einen Pool, sie haben komplett unterkellert, die Immobilien, zwei Stockwerke, EG, erster Stock obendrauf, Blick aufs Meer, absolute Ruhe, kein Verkehr durch die Sackgasse, Beinkeller, Wallbox unten in der Garage. Tja, aber da will ich Sie das besser einordnen können. So, so kurz eine Andeutung. Mehr Informationen über diese Immobilie finden Sie bei mir auf meiner Homepage www.lowlaut-limo.com Ich wünsche Ihnen jetzt ein schönes Wochenende. Tschüss. Tja, 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 tja.